So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mit Schwerpunkt auf dem Game Valorant. Vorab das Gameplay, was ihr hier im Hintergrund seht, habe ich mit Absprache von HighScore Heroes genommen und Links zu dem guten findet ihr in der Beschreibung und checkt dort auf jeden Fall mal vorbei und danke nochmal an der Stelle. Ich möchte in dem Video erstmal darauf eingehen, was ist Valorant überhaupt, bevor ich zu meinen Content-Plänen und all sowas komme. Also was ist Valorant? Shooter von Riot und ist eine Mischung aus Counter-Strike und Overwatch mit mehr Fokus auf Counter-Strike vom Gunplay her und die Fähigkeiten sind eher nur taktische Einsätze wie zum Beispiel Smokes oder Verlangsamung und so weiter und nur wenige Fähigkeiten teilen wirklich Schaden aus. Wann geht es mit Valorant los? Die Close-Peta startet am 7.4. und bisher wurden nur 50.000 Zugänge circa vergeben, alles per Twitch-Drops. Davon circa 25.000 an Nordamerika und 25.000 an Europa. Ab dem 7.4. kann man nochmal Keys per Twitch-Drop erhalten, also ihr müsst dazu am 7.4. einen beliebigen Twitch-Stream schauen. Soweit ist das noch nicht 100% bekannt, ob es alle Twitch-Streams sind oder nur ausgewählte, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass es alle sind, die in der Valorant-Kategorie streamen. Da müsst ihr einfach gucken, ob unten steht, Drops sind bei diesem Stream aktiviert und das wird ähnlich sein wie bei Runeterra, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es alle Streamer sein werden. Und am 7.4. geht es um 14 Uhr los und die Keys werden dort über den Tag verteilt und es werden an dem Tag alleine ungefähr 100.000 Zugänge sein und angeblich sogar sollen es etwas mehr sein. Auch hier wieder verteilt auf Nordamerika und Europa gleichermaßen, also 50.000 pro Region sollten dann da sein. Und an der Stelle nochmal kurz erwähnt, sollte ich bis dahin meinen Zugang haben, wovon ich eigentlich ausgehe, wird es am 7.4. sofort einen 12-Stunden-Stream von mir auf meinem Fischkanal geben, von 14 Uhr an oder 13 Uhr sogar schon, vielleicht eine Stunde früher, bis entsprechend 12 Stunden später. Und dann werden halt danach täglich mehr Keys nochmal verteilt, also diese 100.000 am 7.4. plus danach jeden Tag immer weitere Keys. Und an der Stelle sei mal kurz gesagt, es wird keine Open Beta zu Valorant geben. Das ging aus einem Interview von dem Streamer Dr. Lupo hervor, der sich mit den Entwicklern im Stream unterhalten hat und dort haben sie gesagt, es wird keine Open Beta geben, aber dabei handelt es sich nicht um eine schlechte Nachricht. Keine Open Beta? Wie kann das was Gutes sein? Werden sich jetzt einige von euch sicherlich fragen. Und es ist ganz einfach, sie sagen, anstatt einer Open Beta, wenn wir denken, das Game wäre so weit, dass wir eine Open Beta starten könnten, dann können wir das Spiel auch einfach Free-to-Play releasen und jeder kann es spielen, denn das Release-Tatum steht noch nicht ganz fest. Es stand mal im Raum, ob es der 8.8. ist, aber sie haben nur gesagt, irgendwann im Sommer releasen wir das Spiel. Sie haben sich nicht festgelegt und sobald sie sagen, hey, wir finden das Game, ist weit genug, wir könnten diese Open Beta starten quasi, dann sagen sie einfach, nee, machen wir nicht, sondern wir starten direkt in den Release und launchen das Game. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was ist eigentlich mein Plan mit Valorant? Und ich habe da mal so ein bisschen mir Gedanken zu gemacht, was würde ich denn machen, wenn Valorant mir gefällt? Es gibt halt natürlich ein paar Voraussetzungen. Und wie viele von euch vielleicht schon wissen oder auch gegebenenfalls nicht wissen, weil sie mich erst seit kurzem kennen, war mein Breakthrough als Streamer vor einigen Jahren mit Overwatch. Dort habe ich mich als Turniercaster und Moderator durchgesetzt, unter anderem mit den mehrfachen Weltmeisterschafts-Casts, die ich hier gemacht habe. Also ich habe die Weltmeisterschaft moderiert und hunderten von kleineren Turnieren. Und hier habt ihr mal einen Ausschnitt davon aus der Overwatch-Weltmeisterschaft 2016. Ja, Double Kill, Triple Kill, jetzt gerade schon wieder gegen das deutsche Team. Eisfeld nimmt nochmal Evoque raus. Eisfeld hier immer noch die Pulsbomb bereit, kriegt nochmal Damage auf Invictus, aber er wird hier nochmal geschützt vom Zayas Shield. Und jetzt gerade Eisfeld allein am Punkt, hat hier noch den E-Ready, konnte hier nicht mehr rausgehen. Aber auch nochmal Double Kill gegen das deutsche Team, Evoque, Jumped jetzt hier gerade nochmal rausziehen, in der Prime Rage gewesen, Arty Elvis steht nochmal, Valutaya. Ja, sie sind gerade im Vorteil, nehmen hier den Punkt ein. 1% zu 6%, jetzt hier gerade Arty in einer guten Position, kann hier die Kill mitnehmen, aber Forsaken, der war wichtig. Und Eisfeld holt hier auf der anderen Seite noch Enag raus. Werde ich also wieder casten. Die Möglichkeit besteht, ich habe große Lust mal wieder in den Cast-Bereich zu gehen, habe seit Overwatch aber kein Game mehr gefunden, was sich für mich angeboten hat, weil wie gesagt viele Faktoren dabei eine Rolle spielen. Bei Valorant könnte ich das sehen, allerdings will ich das Game erstmal ausprobieren und sehen, ob mich das Game wirklich catcht. Sollte ich also entsprechend Spaß haben und die anderen Faktoren gegeben sein und es muss halt einen Spectator-Modus geben, dann werde ich sicherlich wieder in den Bereich einsteigen und auch da wieder sicherlich rocken, weil bei Overwatch war ich einer oder war der größte Caster, den es in dem Spiel gegeben hat und ich habe da sehr viele Turniere gecastet und dabei auch viele Zuschauer begeistert. Wie wird das Ganze im Stream aussehen, habe ich mir mal die Frage gestellt. In Overwatch habe ich die meiste Zeit mit Solo oder Duo-Q im Ranked verbracht und ich würde in Zukunft den Content rund um meinen Shooter etwas anders aufbauen, unter anderem mit den folgenden Elementen. Ich würde natürlich Solo und Duo-Ranked spielen, ich würde aber auch mehr Fokus darauf setzen, Viewer-Games zu machen, vielleicht auch sogar Viewer-Games, wo zwei Teams gegeneinander antreten und ich das Ganze dann caste, wie gesagt, sofern die Möglichkeiten gegeben sind. Dann würde ich auch gerne feste Gruppentage einbauen, in welchen ich mit einer festen Gruppe spiele, gegebenenfalls auch ein festes Team aus Streamern und separat vielleicht noch eines aus der Community. Verschiedene Challenges würde ich gerne machen, wo ihr dann vielleicht auch mitwetten könnt, ob ich es schaffe, ob ich es nicht schaffe. Irgendwas Lustiges, irgendwas Wonkiges, irgendwas Verrücktes vielleicht auch. Dann zum Beispiel sowas wie E-Sport-Talk, beziehungsweise Talk-Runden über Valorant, sei es Patches, Changes, neue Heroes, Diskussionen, all sowas. Generell den Content einfach abwechslungsreich gestalten, sodass es sich nicht abnutzt und für den Zuschauer, also für euch, auch immer spannend bleibt und interessant bleibt und auch für mich natürlich interessant bleibt, weil ich nicht immer dasselbe mache. Und alles hier genannte natürlich sind erstmal Spekulationen, was meinen geplanten Content angeht. Ich will nur wie immer halt schon darauf vorbereitet sein, davon ausgegangen, dass mir das Game gefällt. Es ist definitiv eine abwechslungsreiche Schedule mit vielen Überraschungen und coolen Formaten. Und hier nochmal abschließend, dann auch dazu die Frage noch, welche Art von Videos würdet ihr gerne hier auf YouTube sehen zu Valorant? Was findet ihr interessant? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Kommt gerne in meinem Twitch-Kanal vorbei und ihr wisst den Link unten in der Beschreibung, so wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video, wie ihr möchtet. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, whatever Zeit ihr gerade habt und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020